Guten Tag, mein Name ist Ernst Walter-Henrich. Hier mein Seminar über die vegane Ernährung, die vegane Ernährung als die gesündeste Ernährung. Ist das eine Meinung oder eine nachweisbare Tatsache, dass die vegane Ernährung die gesündeste Ernährung ist? Wie findet man überhaupt die gesündeste Ernährung? Einmal wertet man wissenschaftliche Studien aus, welche Nahrungsmittel sind bedenklich oder schädlich für die Gesundheit und welche Nahrungsmittel sind gesundheitsförderlich? Dann zum Zweiten auch die Fachliteratur auswerten. Das bedeutet, welche Stoffe müssen dem Körper in welcher Menge zugeführt werden, damit er optimal gesund ist? Und welche Stoffe sind essentiell? Das heißt, welche Stoffe kann der Körper selber nicht bilden und müssen zwingend mit der Ernährung zugeführt werden? Zunächst zu den wissenschaftlichen Studien. Es gibt eine Unmenge wissenschaftlicher Studien. Nicht alle wissenschaftlichen Studien können in diesem Seminar geboten werden. Hier eine kleine Auswahl von wissenschaftlichen Studien. Brustkrebs durch Fleisch. Aus der Krebsforschung, Meldung auch im Internet in 2002. Dort heißt es, wichtigster Faktor bei der Entstehung von Brustkrebs ist die Ernährung. Wir wissen, Brustkrebs ist der häufigste Krebs bei der Frau. Das berichten amerikanische Forscher im Fachmagazin Cancer. Die Gesundheitsforscher und William B. Grant verglichen in 35 Ländern verschiedene Risikofaktoren mit der Brustkrebssterblichkeit. Sie fanden heraus, dass das Fleischkonsum das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, am stärksten erhöht. Die Forscher betonten, dass Frauen mit der Ernährung ihr Brustkrebsrisiko am stärksten beeinflussen können. Brustkrebs und Fleisch. Weitere Studien. Wissenschaftler der Harvard School of Public Health untersuchten den Zusammenhang zwischen Fleischverzehr und Brustkrebs. Dabei wurden die Daten von 39.268 Frauen ausgewertet. Es zeigte sich, dass ein hoher Verzehr von rotem Fleisch in der Jugend das Risiko für Brustkrebs erhöhte. Diese Studie kam 2008, wurde 2008 veröffentlicht. Oder Fleisch fördert verschiedene Tumorerkrankungen. Eine Studie aus 2008. 19.732 Tumorerkrankungen bildeten die Grundlage einer kanadischen Studie. Die Auswertung ergab, dass der Fleischverzehr direkt mit dem Risiko für Tumore an folgenden Organen assoziiert war. Magen, Dickdarm, Rektum, Pankreas, Lunge, Brust, Prostata, Hoden, Niere, Blase und Blut, sprich Leukämie. Fleischprodukte erhöhen auch das Risiko für Diabetes. Das ist das Ergebnis einer Studie aus 2008. Über einen Zeitraum von 17 Jahren wurden von der Loma Linda University in Kalifornien neu auftretende Diabetesfälle untersucht. Bei den Studienteilnehmern, die wenigstens einmal pro Woche Fleisch verzehrten, war das Diabetesrisiko im Vergleich zu Vegetariern um 74% erhöht. Diejenigen, die verarbeitete Fleisch oder Fischprodukte konsumierten, hatten ein um 38% erhöhtes Risiko. Diabetes, eine Volksseuche, die immer mehr zunimmt, mit einer hohen Letalität, einer hohen Sterblichkeitsrate und die praktisch alle Organe betrifft. Fleisch- und Bluthochdruck. Auch eine Studie aus dem Jahre 2008 zeigt, von der Harvard University und dem Prickham and Women's Hospital Boston wurde der Zusammenhang zwischen dem Verzehr von rotem Fleisch und dem Risiko für Hypertonie von an 28.766 weiblichen Angehörigen von Heilberufen untersucht. Dabei zeigte sich, dass das Risiko für Bluthochdruck mit steigendem täglichen Fleischkonsum korrelierte, also in Verbindung stand. Eisen und Bluthochdruck. Wir wissen ja, dass Fleisch Eisen enthält, aber Eisen ist nicht immer gesundheitlich förderlich. Eine Studie aus dem 2008 zeigte Folgendes. Von einer internationalen Forschergruppe wurden die Daten von 4.680 Erwachsenen verwendet. Es zeigte sich, dass je mehr Hämeisen zugeführt wurde, Hämeisen ist das Eisen, was in Fleisch enthalten ist, desto höher war der Blutdruck. Es wurde festgestellt, dass die Blutdruckwerte sich umso mehr erhöhen, je mehr Fleisch verzehrt wurde. Der Verzehr von rotem Fleisch wirkt sich eindeutig nachteilig auf den Blutdruck aus. Bluthochdruck und vegane Ernährung, auch da eine Studie. Eine schwedische Studie aus dem Jahre 1984 zeigte, dass bei Patienten mit chronisch hohem Blutdruck die vegane Ernährung sogar Heilungen bewirken konnte. Nach einem Jahr streng veganer Ernährung waren von 26 Patienten 22, also 84,6 Prozent völlig beschwerdefrei. Vier hatten weniger Beschwerden und 20 Patienten, also 80 Prozent, hatten sämtliche Medikamente absetzen können. Also Bluthochdruck eine sehr gravierende Erkrankung mit mit gravierenden Folgen für den gesamten Organismus, für das Blutdrucksystem, für das Arteriensystem. Also wichtig, dass man das sogar mit der entsprechenden Ernährung heilen kann. Wer viel Fleisch isst, bekommt eher Krebs. Eine Studie aus 2008 mit 500.000 Teilnehmern zeigte, dass je mehr rotes Fleisch verzehrt wurde, desto höher war die Krebsrate. Das Krebsrisiko stieg je nach Organ um 20 bis 60 Prozent. Für kolorektalen Krebs, also für Darmkrebs, war das Risiko bei Genuss von rotem Fleisch um 24 Prozent erhöht, für Lungenkrebs um 20 Prozent, für Pankreaskrebs um 43 Prozent, für Leberkrebs um 60 Prozent erhöht. Eine weitere Studie aus dem Jahre 2009 zeigt ein erhöhtes Krebsrisiko durch Fleisch. Norwegische Wissenschaftler führten von 1996 bis 2004 eine Fallkontrollstudie mit 3539 Krebsfällen durch. Ergebnis, Fleischkonsum ist mit einem Risiko für verschiedene Tumoren assoziiert. Dazu verbunden, Tumore des Mund- und Rachenraumes, der Speiseröhre, des Kehlkopfes, des Magens, des Dick- und Enddarmes, der Lunge, der Brust, der Prostata, der Blase und der Niere. Also das zeigt, der ganze Organismus ist betroffen und an fast allen Organen ist die Krebsrate erhöht. Eine weitere Studie aus 2008 zeigt, Fleischkonsum erhöht das Risiko für Prostatakarzinom. Prostatakarzinom ist der häufigste Krebs bei Mann. Im Rahmen der Agricultural Health Study mit 23.080 männlichen Studienteilnehmern wurde ein erhöhtes Risiko für ein Prostatakarzinom bei Fleischkonsum festgestellt. Es zeigte sich kein Zusammenhang zwischen der Art des Fleisches und den spezifischen Zubereitungsmethoden auf das Karzinomrisiko. Eine weitere Studie zum Thema Brustkrebs und Ernährung. In einer brasilianischen Studie wurde eine Gruppe von Brustkrebspatienten mit einer Gruppe gesunder Frauen verglichen. Überprüft wurden Ernährungsgewohnheiten, Einkommen und Schulbildung. Es stellte sich heraus, dass der Verzehr von Schweinefett und fettem Fleisch mit einem erhöhten Risiko für Brustkrebs assoziiert war. Eine Studie aus dem Jahre 2007. Eine weitere Studie zum Thema Fleischverzehr und Brustkrebs. Vom National Cancer Institute in den USA wurde untersucht, welchen Einfluss Fleisch, Zubereitungsarten, mutagene Substanzen und Eisen auf das Brustkrebsrisiko hatten. In die Studie wurden 52.158 Frauen einbezogen, unter ihnen 1.205 Brustkrebsfälle. In dieser prospektiven Studie erhöhte der Verzehr von rotem Fleisch die Eisenaufnahme und die Aufnahme von heterozyklischen Aminen und damit das Risiko für Brustkrebs. Eine Studie zeigt, Western Diet begünstigt Rückfälle beim Dickdarmkrebs. Western Diet ist ja eine Ernährungsform der westlichen Länder mit einem hohen Fleischanteil, hohen Fettanteil und einem hohen Zuckeranteil. Nicht nur bei der Erstentstehung von Darmkrebs ist die Ernährung wichtig, sondern auch, um Rückfälle zu verhüten. Dies zeigt die Studie aus 2007. Forscher des Dana-Faber-Cancer Institute haben untersucht, welchen Einfluss die Ernährung auf das Rückfallrisiko beim Kolon-Kalzinom hat, also Dickdarmkrebs hat. Dabei zeigte sich, dass die Patienten mit einem Western Diet Ernährungsstil ein 3,5-fach höheres Risiko hatten, an einem Kolon-Kalzinom rezidiv zu erkranken. Rezidiv ist also ein Rückfall eines Kolon-Kalzinoms, ein erneutes Auftreten eines Krebses. Fleischverzehr und Lungenkrebs, auch da gibt es eine interessante Studie, weil man denkt ja, dass Lungenkrebs fast nur mit Zigarettenkonsum zusammenhängt, aber es hängt auch mit dem Fleischverzehr zusammen. Vom National Cancer Institute in Bethesda in den USA wurde der Zusammenhang zwischen dem Fleischverzehr und Lungenkrebs untersucht. Dabei wurden 2.101 Patienten mit Lungenkrebs und der gleichen Anzahl an gesunden Kontrollpersonen verglichen. Der Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch war mit dem Lungenkrebsrisiko assoziiert, also verbunden. Besonders stark erhöht war das Risiko bei den Personen, die niemals geraucht hatten, und zwar um das 2,5-fache. Eine Studie aus dem Jahre 2009. Eine weitere Studie zeigt, Fleischkonsum macht Kinder für Übergewicht anfällig. In einer Studie der ETH Zürich wurden die Ernährungsgewohnheiten bei übergewichtigen und normalgewichtigen Schweizer Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren untersucht. Dabei erwies sich die Proteinaufnahme durch den Fleischverzehr als der entscheidende Ernährungsfaktor, der den Body Mass Index beeinflusste, also mit anderen Worten die Fettleibigkeit beeinflusste. Eine Studie aus dem Jahre 2007. Eine weitere Studie zeigte, Fleischkonsum erhöht das Risiko für Gebärmutterkrebs. Vom Cancer Institute of New Jersey wurde eine Analyse von 19 Studien über den Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und dem Auftreten von Gebärmutterkrebs durchgeführt. Es ergab sich eindeutig, dass der Fleischverzehr insbesondere von rotem Fleisch das Risiko für Gebärmutterkrebs erhöht. Eine Studie aus 2007. Gemüseverzehr und Endometriumkarzinom. Das Endometrium ist die innere Schicht der Gebärmutter. Wissenschaftler des Roswell Park Cancer Institute untersuchten Ernährungsfaktoren, die bei der Entstehung des Endometriumkarzinoms, also Gebärmutter-Schleimhautkrebs, eine Rolle spielen. Die Frauen mit dem höchsten Verzehr an Gemüse hatten ein deutlich vermindertes Risiko, an diesem Tumor zu erkranken. Eine Studie aus 2009. Kein Zweifel, Fleisch macht krank. Eine ganz aktuelle Studie aus dem August 2011. Im Fachmagazin American Journal of Clinical Nutrition wurde die Auswertung von Langzeitstudien an 440.000 Menschen durch die Harvard School of Public Health veröffentlicht. Demnach besteht kein Zweifel mehr daran, dass das Fleisch von Rind, Schwein und Lamm grundsätzlich ungesund ist. Und dies gilt schon für geringe Mengen. Kommentar des Studienleiters von der Harvard School of Public Health. Unsere Studie belegt klar, dass sowohl verarbeitetes als auch unverarbeitetes rotes Fleisch mit einem erhöhten Risiko für Diabetes Typ 2 in Verbindung steht. Diabetes ist eine Volksseuche, die mittlerweile weltweit 350 Millionen Menschen betrifft und immer mehr Folgeerkrankungen nach sich zieht. Bekannt ist, dass Toxine, also Giftstoffe, eine bedeutende Ursache für Erkrankungen sind. Und da ist eine Studie aus dem Jahre 2007, interessant, aus Frankreich, die besagt, Fischverzehr und Milch sind bedeutende Quellen für Toxinaufnahme. Zur Beurteilung der Aufnahme von Giften wie Dioxinen, Furanen und Dioxin-like PCBs wurden Analysenergebnisse von Lebensmittelproben mit Daten der nationalen Verzehrstudie in Frankreich verglichen. An der Toxinaufnahme hatte der Fischverzehr einen Anteil von 48 Prozent, gefolgt von Milchprodukten mit 34 Prozent. Mit anderen Worten, man kann 82 Prozent der Giftstoffe vermeiden, indem man auf Fisch, Milch und Milchprodukte verzichtet. Milch erhöht auch das Diabetesrisiko. Eine Studie aus dem Jahr 1994 zeigt, dass Kuhmilchkonsum im Säuglingsalter und in der frühen Kindheit erhöhen das Risiko für Diabetes Typ 1 beträchtlich. Eine weitere Studie zeigt, bzw. mehrere Studien zeigen auch den Zusammenhang zwischen hohem Milchkonsum und dem sogenannten Altersdiabetes, Diabetes Typ 2. Milch erhöht auch das Risiko für Diabetes und Multiple Sklerose, eine Studie aus 2004. Der Zusammenhang zwischen Milchdiabetes und Multiple Sklerose aufgrund gleichartiger Immunmechanismen ist sehr wahrscheinlich das Ergebnis dieser Studie aus Kanada. Milch erhöht Diabetesrisiko, eine weitere Studie. Finnland gehört zu den Ländern mit dem höchsten Milch- und Milchproduktekonsum, 252 Kilogramm pro Kopf im Jahr 2000 und hat weltweit die höchsten Diabetesraten. Spanien gehörte bis 2000 zu den Ländern mit dem niedrigsten Milch- und Milchproduktekonsum, sprich 125 Kilogramm pro Kopf in 2000 und hatte eine der niedrigsten Diabetesraten. Milch erhöht das Herzinfarktrisiko. Finnland gehört zu den Ländern mit dem höchsten Milch- und Milchproduktekonsum und hat die weltweit höchste Infarktsterblichkeit. In Griechenland, welches einen noch geringeren Milchkonsum als Spanien hat, ist die Infarktsterblichkeit am geringsten. Milch erhöht auch das Brustkrebsrisiko. Die WHO-Zahlen, also die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation über die Brustkrebshäufigkeit weltweit, decken sich mit denen über die Höhe des Milchkonsums. Die westlichen Milchländer mit dem höchsten Milchkonsum haben die höchsten Brustkrebsraten. Und wie bereits gesagt, ist der Brustkrebs der häufigste Krebs bei der Frau. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass mit der Milch ein Hormoncocktail aufgenommen wird, der in höchster Weise an der Ausbreitung des Krebses beteiligt ist. Milch erhöht das Risiko für Brust- und Prostatakrebs. Brustkrebs der häufigste Krebs bei der Frau, Prostatakrebs der häufigste Krebs bei Mann. Es besteht eine überproportionale Häufigkeit von Brust- und Prostatakrebs in den westlichen Ländern mit hohem Milchkonsum gegenüber den asiatischen Ländern mit niedrigem Milchkonsum. Innerhalb der asiatischen Länder besteht ein Stadt-Land-Gefälle bei westlich orientierten Städten mit hohem Milchkonsum. Also, dass in den Gebieten, wo hoher Milchkonsum ist, also in städtischen Gebieten, ein höherer Krebsrate vorhanden ist. Milch und Fleisch erhöhen Risiko für Brustkrebs. In China wird Brustkrebs umgangssprachlich als reiche Frauenkrankheit bezeichnet, weil sich nur reiche westliche Nahrungsmittel leisten können, zu denen insbesondere Fleisch und Milch zählen. Milch erhöht Brustkrebsrisiko eine weitere Studie. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist in Japan die Brustkrebshäufigkeit parallel zum Milch- und Milchproduktekonsum gestiegen. Milch erhöht Parkinson-Risiko, eine Nervenerkrankung. Das Risiko an Parkinson zu erkranken ist für Männer mit täglichem mehrfachen Milchkonsum erheblich erhöht, eine Studie aus 2002. Milch erhöht auch das Alzheimer-Risiko, eine Seuche unserer Zeit. Dies ist das Ergebnis einer Studie des Taub Institute for Research on Alzheimer's Disease an der New Yorker Columbia Universität. Fettreiche Milch und Milchprodukte, wie zum Beispiel Butter und Käse, fördern Alzheimer. Zur gesunden Ernährung gehören demnach vorwiegend Gemüse, Nüsse und frisches Obst. Eine aktuelle Studie aus dem Jahre 2010. Milch und Akne. Nach mehreren Untersuchungen besteht ein Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Akne veröffentlicht im Journal of the American Academy of Dermatology in 2005. Das ist kein Wunder, weil die Milch einen Hormoncocktail enthält. Und gerade die Arbeit der Talgdrüsen wird gerade in der Pubertät durch Hormone gesteuert. Und wenn dann außer den körpereigenen Hormonen noch die Hormone aus der Milch hinzukommen, ist es natürlich klar, dass dadurch nochmal die Tätigkeit der Talgdrüsen gefördert wird und damit die Akne regelrecht explodieren kann. Laktoseintoleranz ist eigentlich die bekannteste Form der Milchunverträglichkeit. Laktoseintoleranz ist bei vielen Völkern weit verbreitet und betrifft bei den in Amerika lebenden verschiedenen Bevölkerungsgruppen 95 Prozent der Asiaten, 74 Prozent der Indianer, 70 Prozent der Afrikaner, 53 Prozent der Südamerikaner und 15 Prozent der Kaukasier. Symptome können Magen-Darm-Verstimmungen, Durchfall und Blähungen sein. Fakten zu Milch vom Physician Committee for Responsible Medicine, dem Ärztekomitee für verantwortungsvolle Medizin. Dort heißt es, im Interesse gesunder und starker Knochen muss man mehr auf den Calciumverlust als auf die Aufnahme achten. Eine der wesentlichsten Ursachen für Calciumverlust ist eine Ernährung mit hohem tierlichem Eiweißgehalt, sodass eine größere Menge an Calcium mit dem Urin verloren geht. Eine an Fleisch- und Milcherzeugnissen reiche Ernährung übertrifft die empfohlenen Proteinmengen stark. Gerade die aus tierlichen Nahrungsmitteln aufgenommenen Proteine verursachen einen höheren Calciumverlust. Das bedeutet, dass die Calciumbilanz negativ ist, auch wenn die Ernährung reich an Calcium ist. Das bedeutet letzten Endes, Milch ist zwar reich an Calcium, aber wenn man viel Milchprodukte und Milch aufnimmt, zusammen mit Fleisch, verliert man auch viel Calcium. Und deshalb haben gerade diese Personengruppen oder sind diese Personengruppen von Osteoporose, also von Knochenspund, betroffen. Weitere Fakten zu Milch. Die Häufigkeit von Osteoporose in Ländern mit hohem Verbrauch an Milchprodukten ist ein weiterer Hinweis auf ihre Unwirksamkeit bei der Vorbeuge von zerbrechlichen Knochen. Der neue Report der Weltgesundheitsorganisationen der FAO zum Problem Osteoporose zeigt, dass für die meisten Menschen kein Zusammenhang zwischen einer erhöhten Calciumzufuhr und einer Minderung des Knochenbruchrisikos besteht. WHO und FAO empfehlen eine höhere Obst- und Gemüsezufuhr, um eine stabile Gesundheit der Knochen zu garantieren, anstatt sich auf Milcherzeugnisse zu verlassen. Zu viel Calcium ist schlecht für Gesundheit der Knochen. Im British Medical Journal wurden interessante Ergebnisse über den Zusammenhang von Calciumzufuhr und dem Risiko von Knochenbrüchen veröffentlicht. Diese Langzeitstudie mit über 60.000 Frauen in Schweden verfolgte die Calciumaufnahme dieser Frauen und ihrer Knochenbrüche für 19 Jahre. Die Frauen mit der niedrigsten Calciumaufnahme hatten, wie erwartet, die meisten Frakturen. Diejenigen mit einer mittleren Calciumzufuhr von etwa 750 Milligramm Calcium pro Tag hatten eine sehr viel geringere Bruchrate. Diejenigen mit dem höchsten Verbrauch an Calcium konnten die Knochenbruchrate nicht reduzieren, sondern hatten sogar eine höhere Rate an Hüftfrakturen. Also es kommt auch bei Calcium nicht darauf an, möglichst viel aufzunehmen, sondern es kommt auf die optimale Dosis an. 20 synthetische Chemikalien in jeder Milch gefunden. Wir hatten eben schon gehört, dass Toxin in der Milch sind. Und das wird durch vielerlei Studien immer wieder bestätigt. Hier eine Studie aus dem April 2011, also ganz aktuell. Die gefundenen Chemikalien sind Antibiotika, nichtsteroidale Antiflogistika, also Schmerzmittel, Antiepileptika, Konservierungsstoffe, Lipidsenker, Beta-Blocker, also Mittel gegen den Bluthochdruck, und synthetische Geschlechtshormone. Insgesamt wurden 20 pharmakologisch aktive Substanzen gefunden. Also das noch Substanzen, die vorkommen, außer den bereits natürlicherweise vorkommenden Hormonen und Wachstumshormonen in der Milch. Gute Fakten zu Milch zeigt auch ein TV-Bericht, der im Norddeutschen Rundfunk gesendet wurde. Er ist im Internet abrufbar. Wenn man in eine Suchmaschine eingibt, wie gesund ist Milch wirklich, dann findet man diesen Beitrag auf YouTube oder myvideo.de. Die gesundheitlichen Gefahren durch Milch lassen sich am besten zusammenfassen durch das Statement von Prof. Dr. Frank Oski, Kinderarzt und Präsident der amerikanischen Gesellschaft zur Erforschung von Kinderkrankheiten. Zitat von ihm. Wenn die Öffentlichkeit erst einmal über die der Milch innewohnenden Risiken informiert ist, werden vielleicht endlich nur noch die Kälber die ihnen zustehende Nahrung trinken. Denn nur Kälber sollten Kuhmilch trinken. Prof. Dr. Frank Oski. Noch ein weiteres Zitat von Prof. Dr. Frank Oski. Es gibt keinen Grund, jemals in ihrem Leben Kuhmilch zu trinken. Sie ist für Kälber gedacht, nicht für Menschen. Wir sollten noch heute aufhören, Milch zu trinken. Eine weitere Studie zum Adipositasrisiko aus 2007. Zufuhr tierlicher Proteine erhöht das Adipositasrisiko bei Kindern. In einer Studie der spanischen Universitäten von Cordoba und Granada wurden Adipositas, also Fettleibigkeit, im Kindesalter untersucht. Ein erhöhter Verzehr tierlicher Proteine, besonders in frühen Lebensphasen, begünstigt die Entstehung von Übergewicht und Insulinresistenz. Das gleiche trifft auf ballaststoffarme Ernährungsformen zum Beispiel mit Süßigkeiten und Weißmehlprodukten zu. Auch Fleisch erhöht das Risiko für Übergewicht. In einer Studie wurde der Fleischverzehr von prämenopausalen Frauen mit dem Körperfett und dem Gewicht verglichen. Die Frauen mit dem niedrigsten Fleischkonsum waren am wenigsten übergewichtig. Die Frauen mit dem höchsten Fleischkonsum hatten ein um 52,8 Prozent vermehrtes Übergewichtsrisiko. Eine Studie aus 2006. Eine weitere Studie zeigt sogar den Zusammenhang zwischen Hautkrebs und Fleischverzehr. In einer australischen Studie wurde der Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und Hauttumoren untersucht. Ein hoher Fleisch- und Fettverzehr erhöhte signifikant das Risiko für das Auftreten von Stachelzellkarzinomen an der Haut. Ein hoher Verzehr von Gemüse und Obst führte hingegen zu einer Verminderung dieses Tumorrisikos um 54 Prozent. Eine Studie aus 2007. Eine weitere Studie, die sich mit den Ernährungsgewohnheiten und der Sterblichkeit befasst. Aus 2007. Im Rahmen der Shanghai Women Health Study, bei der 75.000 Frauen über einen Zeitraum von mehreren Jahren beobachtet wurden, zeigte sich die höchste Sterblichkeit bei einer fleischreichen Ernährung. Ein hoher Fleischkonsum war auch mit einem erhöhten Risiko für Diabetes assoziiert. Außerdem wurde festgestellt, dass eine Ernährung mit einem reichhaltigen Verzehr von Früchten zu einer geringeren Sterblichkeit führte. Die sogenannte EPIC-Studie zeigt erhöhtes Krebsrisiko bei Fleisch- und Wurstessern. Die EPIC-Studie, Abkürzung für European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, ist das weltweit größte Projekt, das den Einfluss von Ernährungsgewohnheiten auf Tumorerkrankungen untersucht. Insgesamt nehmen an dieser Studie in 10 europäischen Ländern 519.000 Testpersonen teil. In der Studie wird deutlich, dass das Risiko an Magen- und Darmkrebs zu erkranken mit dem Verzehr von rotem Fleisch steigt. Eine weitere Studie zeigt, rotes Fleisch steigert das Risiko für akutes Koronasyndrom, also für Herzanfälle. In einer Studie der Universität Athen wurde nachgewiesen, dass der Verzehr von Fleisch eng mit einem erhöhten Risiko für das Koronasyndrom assoziiert ist. Studienteilnehmer, die mehr als 8 Portionen Fleisch pro Monat verzehrten, hatten ein 4,9-fach erhöhtes Risiko für ein Koronasyndrom als die Personen mit einem sehr niedrigen Fleischkonsum. Eine weitere Studie zeigt, fettreiche Mahlzeit erhöht den Blutdruck. In einer Studie der Universität von Calgary wurden bei 30 gesunden Probanden die kardiovaskulären Effekte einer fettreichen Mahlzeit untersucht. Es zeigte sich, dass nach einer fettreichen Mahlzeit mit einem hohen Anteil an gesättigten, also tierlichen Fettsäuren, der systolische und der diastolische Blutdruck anstieg. Eine Studie aus 2007. Auch eine chinesische Studie aus dem Jahre 2007 zeigt, dass ein hoher Verzehr von tierlichen Produkten den Gebärmutterkrebs fördert. Chinesische Wissenschaftler untersuchten, welchen Einfluss Ernährungsgewohnheiten auf die Entstehung des Gebärmutterkrebses haben. Es zeigte sich, dass eine vermehrte Aufnahme tierlicher Nahrungsmittel das Risiko für Gebärmutterkrebs stark erhöhte. Eine andere Studie zeigt, dass der Fleischkonsum das Risiko für Nierenkrebs erhöht. Eine Analyse der Tulane University in New Orleans hat 13 Studien über den Zusammenhang zwischen dem Fleischverzehr und dem Risiko für Nierenkarzinome ausgewertet. Dabei zeigte sich eine signifikante Korrelation zwischen der Höhe des Fleischkonsums und der Nierentumorrate. Dies traf sowohl für rotes Muskelfleisch und Geflügel als auch für verarbeitete Fleischprodukte zu. Also das ist wichtig für alle die, die denken, man könnte von Rind, Schwein usw. auf Geflügel übergehen und hätte dann keine Risiken zu befürchten. Interessant auch, dass intelligente Kinder häufiger Vegetarier werden. Im British Medical Journal wurden die Ergebnisse einer Studie publiziert. 20 Jahre zuvor war bei 4.222 Mädchen und 3.948 Jungen im Alter von 10 Jahren der Intelligenzquotient bestimmt worden. Jetzt nach 20 Jahren wurden die damaligen Studienteilnehmer nach ihren Ernährungsgewohnheiten befragt. Dabei zeigte sich eindeutig, je höher der IQ im Kindesalter war, desto größer war die Wahrscheinlichkeit als Erwachsener Vegetarier zu werden. Intelligenz und Ernährung, auch da gibt es entsprechende Untersuchungen, weil ja früher die vegetarische Ernährung und vegane Ernährung seltsamerweise als Mangelernährung galten. Und dann dachte man, Kinder würden Intelligenzdefizite erleiden. Deshalb machte man diese Untersuchungen. Man war aber überrascht, dass die Ergebnisse zu einem völlig anderen Ergebnis kamen, als man erwartet hatte. In einer amerikanischen Untersuchung wurden 28 Kinder im Alter von 2 bis 8,4 Jahren untersucht. Davon waren 22 Vegetarier und 6 makrobiotische Veganer. Ergebnis, der durchschnittliche IQ aller Kinder lag bei 116, war also überdurchschnittlich. Bei den veganen Kindern lag er bei 119. Die Autoren der Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass die überdurchschnittliche geistige Entwicklung der Kinder sowohl auf das pädagogische Niveau der Eltern als auch auf die Ernährung zurückzuführen sei. Eine Untersuchung aus dem Jahre 1980. Eine weitere Untersuchung zu diesem Thema kam 1992 heraus. In einer niederländischen Studie wurden vegan und vegetarisch makrobiotische Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren untersucht. Ergebnis, der durchschnittliche IQ aller Kinder lag bei 126, war also weit überdurchschnittlich. Das zeigt also, dass man keinesfalls davon reden kann, dass die Ernährung, die vegetarische oder die vegane Ernährung negative Effekte bei der Entwicklung der Intelligenz haben könnte. Ganz im Gegenteil, die Ernährung hat offensichtlich positive Effekte auf die kognitive Intelligenz der Kinder. Demenz, Schwachsinn, Intelligenzdefekt, auch da gibt es Untersuchungen drüber. Also, amerikanische Studien ergaben, dass Personen, die Fleisch-, Geflügel- und Fisch verzehrten, ein mehr als doppelt so hohes Risiko haben, eine Demenzerkrankung zu entwickeln. Langjährige Fleischesser haben sogar ein mehr als dreimal so hohes Risiko für eine Demenz. Hier noch eine Studie aus 2009 über Fleischkonsum und Diabetes. Wissenschaftler der Universität Oslo führten eine Analyse von 12 Studien über den Zusammenhang von Fleischkonsum und dem Typ-2-Diabetes-Risiko durch. Das Ergebnis war, dass Fleischkonsum mit hoher Wahrscheinlichkeit das Risiko für den Typ-2-Diabetes erhöht. Fleischprodukte erhöhen Diabetes-Risiko, eine weitere Studie, eine japanische Studie aus dem Jahre 2005. Wissenschaftler der japanischen Universität von Shizuoka untersuchten auf der Basis von 15 Studien den Effekt der Nahrungsmittelauswahl auf die Inzidenz des Typ-2-Diabetes. Ergebnis, der Verzehr von verarbeiteten Fleischwaren erwies sich dabei als signifikanter Risikofaktor für das Auftreten des Diabetes. Höherer Gewichtsverlust durch fettarme vegane Kost. Von der George Washington Universität wurde eine Studie an 64 übergewichtigen postmenopausalen Frauen durchgeführt. Die eine Hälfte der Probandinnen erhielt eine fettarme vegane Kost. Die andere Hälfte eine Diät gemäß des amerikanischen National Cholesterol Education Program. Nach 14 Wochen hatte die Gruppe mit veganer Ernährung einen signifikant höheren Gewichtsverlust als die Kontrollgruppe. Und der Vorteil der veganen Ernährung war auch, dass man keine Kalorien zu zählen brauchte, im Gegensatz zu der anderen Diät. Fleisch und Vollmilchprodukte begünstigen Diabetes. Die Reihe der Studien über diesen Zusammenhang ist wahrlich unendlich. Die Universität Athen untersuchte in einer Studie 1514 Männer und 1528 Frauen auf den Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und Diabetes-Inzidenz. Dabei zeigte sich, dass ein erhöhter Verzehr von Fleisch und Vollmilchprodukten mit einer Insulinresistenz assoziiert ist. Insulinresistenz bedeutet immer Diabetes. Der Verzehr von Fleisch führte sowohl zum Anstieg der Blutglucose als auch zum Anstieg der Insulinkonzentration im Blut. Eine Untersuchung aus 2005. Fleisch ist ein Risikofaktor für Diabetes mellitus. Eine Studie aus 2004. Die Nahrungsaufnahme von Ham-Eisen aus rotem Fleisch ist bei Männern mit dem Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 assoziiert. Dieses Ergebnis erbrachte eine Untersuchung der Harvard School of Public Health über den Zusammenhang zwischen der Eisenaufnahme und dem Diabetes-Risiko. Wir erinnern uns, Ham-Eisen ist in Fleisch enthalten. Die Gesamtzufuhr von Eisen erhöhte das Diabetes-Risiko nicht. Also Gesamtzufuhr setzt sich ja dann aus Ham-Eisen und pflanzlichem Eisen zusammen. Der Risikofaktor ist ausschließlich der Verzehr von Fleisch. Vegane Ernährung bessert Diabetes. Nicht nur, dass Fleisch und Milchprodukte für Diabetes diese Volksseuche verantwortlich sind. Vegane Ernährung bessert Diabetes sogar. Im Fachmagazin Diabetes Care wurde eine Studie über Typ 2 Diabetiker publiziert. Die Patienten mit Diabetes erhielten entweder eine vegane Ernährung oder die Standard-Diät. Nach 22 Wochen waren 43% der Veganer und 26% der Patienten mit Standard-Diät in der Lage, einige ihrer Diabetes-Medikamente zu reduzieren oder wegzulasten. Die Veganer hatten niedrigere Cholesterinwerte und eine bessere Nierenfunktion. Die vegane Ernährung war für die Patienten leichter einzuhalten, weil sie keine Kalorien und Sonstiges zu zählen brauchten. Also vegane Ernährung eine wirkliche fundamentale Therapie für Diabetes. Hohe Fett- und Fleischzufuhr begünstigen Kolon-Kalzinomen, also Darmkrebs. Mehrere Studien zu diesem Thema. Studie 1. Das Karolinska-Institut Stockholm konnte bei Frauen einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Fleisch und dem Kolon-Kalzinom feststellen. Dazu wurden Daten der schwedischen Mammographie-Studie verwendet, an der 61.433 Frauen im Alter zwischen 40 und 75 Jahren teilnahmen. Studie 2. Eine Arbeitsgruppe der japanischen Kyushu-Universität untersuchte das Neuauftreten des Kolon-Kalzinoms in Japan. Die Erkrankungsrate an Kolon-Kalzinomen war in den letzten Jahrzehnten in Japan rapide angestiegen. Parallel zu einer Zunahme des Western-Diet-Ernährungsstils, der durch eine hohe Fett-, Milch- und Fleischzufuhr gekennzeichnet ist. Es wurde eindeutig nachgewiesen, dass der Verzehr von Fleisch eine wichtige Ursache des Kolon-Kalzinoms ist. Fettreiche Ernährung erhöht Brustkrebsrisiko Eine fettreiche Ernährung erhöht einer Studie zufolge das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Betroffen seien Frauen, die viel Fisch, Butter, Margarine, unverarbeitetes Fleisch wie Wurstwaren, aber wenig Brot und Fruchtsäfte konsumieren. Das berichtet das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke. Sie seien innerhalb von sechs Jahren etwa doppelt so häufig an Brustkrebs erkrankt wie Frauen mit gegenteiligem Ernährungsmuster. Fleischkonsum und Ovarialkarzinom, also Krebs der Eierstöcke In einer australischen Studie wurden 683 Frauen mit Ovarialkarzinom, Eierstockkrebs, mit 777 Kontrollpersonen verglichen. Es wurden drei Haupternährungsmuster identifiziert, Snacks und Alkohol, Obst und Gemüse und als drittes Ernährungsmuster Fleisch und Fett. Das Fleisch- und Fetternährungsmuster war mit einem erhöhten Risiko für das Ovarialkarzinom assoziiert, und zwar um den Faktor 2,5 bei den Frauen mit dem höchsten Fleisch- und Fettverzehr. Bekannt ist ja, dass Fleischverzehr und Dickdarmkrebs zusammenhängen. Jetzt weiß man aber auch, dass Dünndarmkrebs mit Fleischverzehr zusammenhängt. Auch da gibt es entsprechende Studien drüber. Fleischverzehr und Dünndarmkrebs vom US-amerikanischen National Cancer Institute wurden 500.000 Männer und Frauen über einen Zeitraum von acht Jahren beobachtet, inwieweit die Entstehung von Dünndarmkarzinomen mit dem Fleischverzehr zusammenhängt. Es zeigte sich ein enger Zusammenhang zwischen der Zufuhr an gesättigten tierlichen Fettsäuren und der Entstehung von Karzinomen im Dünndarm. Eine amerikanische Studie zeigt, dass Eier und Cholesterin das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes erhöht, einer gefürchteten Komplikation in der Schwangerschaft. Der Verzehr von Eiern erhöht nach einem Artikel im American Journal of Epidemiology das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes. Die Forscher stellten fest, dass mit steigendem Verzehr von Eiern und Cholesterin auch das Risiko von Schwangerschaftsdiabetes erheblich ansteigt. Frauen, die die meisten Eier, also sieben oder mehr pro Woche konsumierten, hatten ein bis zu 165% erhöhtes Risiko. Cholesterin in den Eiern ist gefährlich. Die Autoren einer Publikation im Canadian Journal of Cardiology erklären, dass schon das Cholesterin in nur einem Ei den von der American Heart Association und der National Cholesterol Education Program empfohlenen Höchstwert überschreitet. Ein Bericht der Dietary Guidelines Advisory Committee bekräftigt die Empfehlung für Personen mit kardiovaskulären Erkrankungen und Typ 2 Diabetes, die Aufnahme von Cholesterin auf weniger als 200 Milligramm pro Tag zu reduzieren. Diese Empfehlung gilt auch für Personen mit einem hohen Risiko für diese Erkrankungen. Eine Studie aus 2010. Fischkonsum erhöht Schadstoffbelastung. Viele Studien zeigen das. Hier eine Studie aus China. Wissenschaftler aus China haben die Schadstoffbelastung bei Patientinnen mit Laiumyomen des Uterus untersucht. Das sind Geschwülze des Uterus, darunter die Schwermetalle Arsen, Cadmium, Blei und Quecksilber sowie Kohlenwasserstoffverbindungen. Viele Umweltgifte haben hormonartige Effekte und stehen deshalb im Verdacht, Tumore zu fördern. Bei den Patienten mit Laiumyomen wurde eine höhere Konzentration an Schadstoffen nachgewiesen als bei den Kontrollpersonen. Die Anreicherung von Schadstoffen im Organismus korreliert positiv mit dem Verzehr von Seafood, zum Beispiel Fischen, Meeresfrüchten, Algen etc. Krebserregende Stoffe in Fischen aus Aquakulturen auch nachgewiesen. Wissenschaftler der Universität Hohenheim wiesen im Fett von Seefischen aus Aquafarmen deutlich erhöhte Konzentration an halogenierten Verbindungen nach. Seit Jahren sind die zwei bedenklichsten EU-weit verboten. Diese Substanzen reichern sich in größeren Mengen in Fischen aus Aquafarmen an. Speisefische sind eine erhebliche Quecksilberquelle. Eine ganz gefährliche Entwicklung durch die Verschmutzung der Meere. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, hat die Quecksilberbelastung von Frauen in 21 Ländern untersucht. Bei 95 Prozent der Frauen wurde Quecksilber nachgewiesen. In Ländern mit hohem Fischkonsum waren die Quecksilberwerte besonders hoch. Der Vorsitzende des Ausschusses Gesundheit und Umwelt der Bundesärztekammer bezeichnete Seefisch als die größte Quecksilberquelle. Professor Philipp Grandchon von der Harvard University vermutet sogar einen Zusammenhang zwischen Quecksilber und einem schleichenden Intelligenzverlust in unserer Gesellschaft. Quecksilber- und Hirnentwicklung Eine wichtige Studie, die zeigt, welche Gefahren Kinder ausgesetzt sind, wenn sie Fisch erhalten. Wissenschaftler der Universität Granada in Spanien untersuchten den Einfluss einer Quecksilberbelastung auf die geistige Leistungsfähigkeit bei Vorschulkindern im Alter von vier Jahren. Die Quecksilberkonzentrationen waren mit einem hohen Verzehr von Fisch assoziiert, mit dem Wohnort, mit dem Alter der Mutter und passivem Rauchen. Die Quecksilberkonzentrationen in den Haaren korrelierten mit einer Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit, also der geistigen Leistungsfähigkeit, insbesondere mit dem Gedächtnis und der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Also, es ist nicht gut, Kindern Fisch zu geben. Quecksilberbelastung durch Fisch bei Kindern Noch eine Untersuchung von der Universität diesmal in Barcelona. In einer Studie dieser Universität fand sich ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Quecksilberkonzentration in den Haaren und dem Fischkonsum. Bei den Kindern, die mehr als viermal pro Woche Fisch verzehrten, waren die Quecksilberkonzentrationen in den Haaren fast dreimal höher als bei den Nicht-Fisch-Essern. Neugeborene von Müttern, die zweimal oder öfter pro Woche Fisch verzehrten, wiesen fast dreifach höhere Quecksilberwerte auf, als Neugeborene von Frauen, die kaum Fisch gegessen hatten. Wer weiß, welche gravierenden gesundheitlichen Probleme Quecksilber im Körper macht, gerade auch bei der geistigen Entwicklung, da muss man davor warnen, Fischkindern zu essen zu geben. Hormone und tierliche Produkte Wissenschaftler der Universität Melbourne untersuchen den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von tierlichen Produkten und den Blutkonzentrationen von Hormonen. Die Frauen mit dem höchsten Verzehr von Milchprodukten hatten ca. 15% höhere Estradiol-Konzentrationen. Die Studie zeigt, dass ein höherer Verzehr von Fleisch sowie von Milchprodukten die Konzentration der Steroid-Hormone erhöht. Steroid-Hormone sind z.B. eng mit dem Risiko für Brustkrebs und Prostatakrebs assoziiert. Hier kann man also schön feststellen, was die Ursache ist, warum die Krebsraten erhöht sind. Sie haben bisher einen kleinen Überblick über wissenschaftliche Studien erhalten, die die Gefährlichkeit von Fleisch, Milch, Milchprodukten und Fischen, Eiern usw. zeigen. Daraus haben natürlich die Ernährungsorganisationen und Ärzteorganisationen ihre Schlussfolgerungen gezogen. Und diese Schlussfolgerungen dieser Organisationen möchte ich Ihnen auch kurz schildern. Das gemeinsame Positionspapier der ADA, Amerikanische Gesellschaft für Ernährung, und das D.C. Verband der kanadischen Ernährungswissenschaftler, nimmt 2003 dazu eindeutig Stellung. Zitat aus diesem Positionspapier dieser beiden Ernährungsgesellschaften. Gut geplante, vegane und andere Formen der vegetarischen Ernährung sind für alle Phasen des Lebenszyklus geeignet, einschließlich Schwangerschaft, Stillzeit, frühe und späte Kindheit und Adoleszenz, also Jugendalter. Vegetarische Ernährungsformen bieten eine Reihe von Vorteilen. Zitat 2 2009 hat die ADA, also die American Dietetic Association, die Amerikanische Gesellschaft für Ernährung, ein überarbeitetes Positionspapier über die vegetarische und vegane Ernährung publiziert und ihre Empfehlungen für diese Ernährungsformen bestärkt. Sie kommt zu dem Schluss, dass vegetarische Ernährungsformen einschließlich veganer Ernährung, sofern richtig durchgeführt, gesund und nahrhaft für Erwachsene, Kleinkinder, Kinder und Heranwachsende sind und sogar chronischen Krankheiten wie Herzkrankheiten, Krebs, Übergewicht und Diabetes vorbeugen und behandeln helfen können. Wenn man sich die Studien in Erinnerung ruft, dann verwundert das nicht. Das ist das logische Ergebnis aus den eben gehörten Studien und den vielen anderen Studien, die in eine Richtung zeigen. Auch die Aussage eines der anerkanntesten und renommiertesten deutschen Ernährungswissenschaftler, Prof. Dr. Klaus Leitzmann, sind eindeutig. Studien mit vegan lebenden Menschen, die weltweit, aber auch von uns durchgeführt wurden, zeigen, dass Veganerinnen und Veganer im Durchschnitt deutlich gesünder sind als die allgemeine Bevölkerung. Körpergewicht, Blutdruck, Blutfett und Cholesterin werden, Nierenfunktion sowie Gesundheitsstatus allgemein liegen häufiger im Normalbereich. Eine der größten epidemiologischen Studien, die sogenannte China Study über Ernährung und Gesundheit, hat auch klare Ergebnisse gebracht. Im Grunde sind wir eine vegetarische Art, stellt Dr. Colin Campbell von der Kernel-Universität fest. Untermauern kann er dies mit einer 920 Seiten starken Studie aufgrund von eindeutigen Zahlen das Ergebnis einer epidemiologischen Studien in China. Demnach steht fest, unsere Ernährung macht uns krank. Nicht nur Herz- und Kreislaufmiserien haben wir unseren Steaks und Eiern, Sahnesoßen und Käseaufläufen zu verdanken, sondern auch die häufigsten Krebsarten, Diabetes, Osteoporose, also Knochenschwund und viele Stoffwechselkrankheiten. Viele Stoffwechselkrankheiten sind ernährungsbedingt. Osteoporose hat nach der Studie nichts mit Calciummangel zu tun. Die Chinesen nehmen nur halb so viel Calcium wie die Amerikaner zu sich und trotzdem ist Osteoporose in China fast unbekannt. Allerdings sind bei Chinesen Pflanzen und nicht wie im Westen Milchprodukte der Calcium-Lieferant. Dr. T. Colin Campbell, der Autor dieser Ernährungsstudie The China Study mit der Überschrift Alarmierende Auswirkungen für die Ernährung Gewichtsabnahme und langfristige Gesundheit Er bietet eine einfache Möglichkeit, die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung zu erklären. Er schreibt, die überwiegende Mehrheit aller Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Formen von degenerativen Erkrankungen können mit der Durchführung einer pflanzlichen Ernährung einfach verhindert werden. Auch die Aussagen der PCRM sind eindeutig. PCRM steht für The Physicians Committee for Responsible Medicine, übersetzt Ärztekommission für verantwortungsbewusste Medizin. Es ist eine der größten gemeinnützigen Ärzteorganisationen, die präventive Medizin fördert, klinische Forschung durchführt und höhere Standards für Ethik und Effizienz in der Forschung fördert. Die PCRM empfiehlt die vegane Ernährung als die gesündeste Ernährung und begründet dies auch logisch nachvollziehbar. Die PCRM schreibt, vegane Ernährung, die keine tierlichen Produkte enthält, ist sogar gesünder als vegetarische Ernährung. Vegane Ernährung enthält kein Cholesterin und sogar weniger Fett, gesättigte Fettsäuren und Kalorien als vegetarische Ernährung, weil sie keine Milchprodukte und Eier enthält. Die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass die gesundheitlichen Vorteile zunehmen, wenn die Menge der Nahrung aus tierlichen Quellen in der Ernährung verringert wird, was die vegane Ernährung zur gesündesten insgesamt macht. Eine eindeutige Aussage dieser Ärzteorganisation. Die Analyse und Bewertung der Fakten sind eindeutig. Eine richtig durchgeführte und abwechslungsreiche vegane Ernährung ist die gesündeste Kostform. Fleisch, Milch, Käse, Eier und Fisch sind mit teilweise erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden. Allerdings wird aus einer Ernährung, aus der man lediglich Fleisch, Milch, Käse, Eier und Fisch weglässt, nicht automatisch eine gesunde Ernährung. Eine falsch zusammengestellte, nicht abwechslungsreiche vegane Ernährung ist auch ungesund. Genau dies schafft Angriffspunkte gegen die vegane Ernährung zum Vorteil der Tierausbeuterindustrie und der von ihr finanzierten Helfer. Die wichtigsten Nährstoffe und Vitamine einer gesunden Ernährung sollte deshalb jeder kennen. Welche Stoffe müssen also dem Körper in welcher Menge zugeführt werden und welche Stoffe sind für den Körper essentiell? Darauf möchte ich zum Schluss eingehen. Fangen wir an mit Protein. Protein, die empfohlene Aufnahme, beträgt ca. 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Veganer brauchen sich bei der Proteinaufnahme im Rahmen einer vielseitigen abwechslungsreichen Kost keine Sorgen zu machen, weil Protein in ausreichender Menge in pflanzlichen Nahrungsmitteln vorkommt. Und wichtig zu beachten ist, dass nicht ein zu wenig an Eiweiß das Problem der heutigen Ernährung darstellt, sondern ein zu viel an tierlichem Protein die gesundheitlichen Probleme verursacht. Was wir auch in den Studien, die ich vorher gezeigt habe, eindeutig zu schließen ist. Die Energiezufuhr. Die Energiezufuhr ist bei veganer Ernährung optimal. Zur besonderen Beachtung aber, bei abgestillten Babys muss unbedingt auf eine hohe Energiezufuhr geachtet werden und deshalb energiereiche Nahrungsmittel wie Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse nicht so sehr verdünnt werden, damit eine hohe Energiedichte gewährleistet ist, damit der junge Organismus gut gedeihen kann. Das ist was anderes als Erwachsene, die nicht mehr zu wachsen brauchen. Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate unterteilen sich in Zucker, das sind einfache Kohlenhydrate wie Glucose, Laktose, Saccharose, Fructose und Stärke, das sind komplexe Kohlenhydrate, die aus langen Ketten von Glucosemolekülen bestehen und unverdauerliche Ballaststoffe, vor allem nicht stärke Polysaccharite. Zu bevorzugen sind natürlich komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst. Zucker in Form von Süßigkeiten ist zu reduzieren oder am besten ganz zu meiden, weil durch diese Zucker die Risiken für Karies, Diabetes, Übergewicht und andere Erkrankungen enorm ansteigen. Fette. Die Fette bestehen hauptsächlich aus Fettsäuren. Drei Fettsäuremoleküle bilden zusammen mit einem Glycerinmolekül, ein sogenanntes Triglycerid. Die Fettsäuren werden unterteilt in gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Alle gesättigten und alle einfach ungesättigten Fettsäuren kann der Körper selber herstellen und sie sind deshalb nicht essentiell. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere Linolsäure und Alpha-Linolensäure, sind essentiell, deshalb werden sie manchmal auch Vitamin F genannt. Sie müssen dem Körper zugeführt werden. aus Linolsäure und Alpha-Linolensäure kann der Körper alle anderen ungesättigten Fettsäuren selbst bilden. Linolsäure ist eine Omega-6-Fettsäure und die Alpha-Linolensäure eine Omega-3-Fettsäure. Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren, die der Körper selber nicht herstellen kann. Aber auch bei einer gesunden Ernährung mit diesen Fettsäuren sind einige wichtige Punkte zu beachten, die man auch richtig gestalten sollte. Die Omega-6-Fettsäure Linolsäure wird dem Körper in Gamma-Dinolensäure und weiter in Arachidonsäure und Gewebshormone wie Prostaglandine, Tromboxane und Leugotrien umgewandelt. Wichtig zu wissen ist, dass diese Gewebshormone entzündungsfördernd sind, gerinnungsfördernd und gefäßverengend sind. Die Omega-3-Fettsäuren wirken genau in die entgegengesetzte Richtung und deshalb muss das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren in einem bestimmten Verhältnis sein. Die Omega-3-Alpha-Linolensäure wird im Körper in Eicosapentaensäure abgekürzt EPA und Docosahexaensäure Abkürzung DHA und weiter in die Gewebshormone Prostaglandine, Tromboxan und Leukotrien umgebaut. Wichtig ist jetzt zu wissen, dass diese Gewebshormone sind entzündungshemmend, gefäßerweiternd und gerinnungshemmend und wirken zu den Gewebshormonen, die aus der Omega-6-Fettsäure und Nullsäure entstehen, direkt antagonistisch, also entgegengesetzt. Und daraus können Sie schon schließen, dass wir im Körper beziehungsweise bei der Ernährung auf ein ausgeglichenes Verhältnis dieser beiden Fettsäuren achten sollten. Wichtig ist ein ausgewogenes Verhältnis von Omega-6-Fettsäuren zu Omega-3-Fettsäuren. Das optimale Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren liegt bei 2 zu 1 bis 5 zu 1 also zwei Teile bis fünf Teile Omega-6-Fettsäuren zu einem Teil Omega-3-Fettsäuren. Bei nahezu allen Ernährungsformen ist es leider so, dass zu viel Omega-6-Fettsäuren aufgenommen werden und zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Dies gilt sowohl für omnivore Ernährungsformen Vegetarier als auch für Veganer und dieses Verhältnis, dieses ungünstige Verhältnis führt dann dazu, dass eben im Körper gerinnungsfördernde Maßnahmen, entzündungsfördernde Maßnahmen die Oberhand gewinnen und das ist nicht gut für die Gesundheit. Die Umbauten von Linolsäure und Alpha-Linolensäure zu den jeweiligen Gewebshormonen konkurrieren um dieselben Enzymsysteme und deshalb ist es so, dass wenn zu viel Omega-6-Fettsäuren aufgenommen werden, werden zu viele Enzyme gebunden, um die Omega-6-Fettsäuren umzubauen und diese Enzyme fehlen dann, um die restliche Omega-3-Fettsäuren umzubauen und deshalb entsteht dort ein Missverhältnis mit entsprechenden gesundheitlichen Konsequenzen. Wir können ein ausgewogenes Gleichgewicht erreichen, wenn wir in der Ernährung Öle mit einem hohen Anteil Alpha-Linolensäure bevorzugen, also mit der Omega-3-Fettsäure. Ein sehr gutes Beispiel ist das Leinöl. Es enthält 54% Alpha-Linolensäure, also 54% Omega-3-Fettsäuren. Rapsöl enthält etwa 10% Alpha-Linolensäure und 20% Linolsäure, liegt also auch in einem sehr guten Bereich. Andere Öle, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, Distelöl und so weiter, haben zu hohe Anteile von Omega-6-Fettsäuren. Deshalb ist es empfehlenswert, dass Leinöl für Salate genommen wird und Rapsöl zum Braten genommen wird, aber es darf nicht nicht zu hoch erhitzt werden. Leinöl darf auf keinen Fall erhitzt werden, weil es eine so hohe Konzentration an Alpha-Linolensäure, an mehrfach ungesättigten Fettsäuren erhält. Am besten ist, man nimmt Olivenöl zum Braten. Hier die Fettsäure-Spektren von pflanzlichen Ölen. Hier sehen wir einmal die Ölsäure, einfach ungesättigt, die Linolsäure als Omega-6 und die Alpha-Linolensäure als Omega-3. Und dann sehen wir hier an der Spitzenreiter an Omega-3-Fettsäuren ist das Leinöl und mit Weibenabstand dann das Rapsöl. Und Sojaöl, Maiskeimöl und Sonnenblumenöl, Distelöl enthalten alle relativ gesehen zu viel Linolsäure und sollten möglichst gemieden werden oder nicht in zu hohen Konzentrationen aufgenommen werden. Die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA sind auch in Fischölen beziehungsweise in fetten Meeresfischen enthalten und deshalb werden sie auch oft empfohlen. Der Verzehr dieser Meeresfische hat den Nachteil, dass aufgrund der Verschmutzung der Weltmeere zu viele Fische mit Umweltgiften belastet sind und viele Fischarten durch Überfischung in ihrer Existenz bedroht sind. Fische enthält große Mengen an Arachidonsäure, welches wiederum Entzündungsfördern, Gerinnungsfördern und Gefäß verengend wirkt, also in Richtung Omega-6-Fettsäuren wirkt, sodass der positive Effekt der Omega-3-Fettsäuren praktisch wieder aufgehoben wird. Also auch der gesundheitliche Effekt hinsichtlich Omega-3-Fettsäuren ist bei Fischen in Wahrheit nicht gegeben, zumal auch die negativen Faktoren wie die Giftstoffe, Toxine in Fischen den vermeintlichen gesundheitlichen Wert der Fische wieder zunichte macht. Fische selbst bilden keine Omega-3-Fettsäuren, sondern nehmen diese Fettsäuren durch Meeresalgen oder durch das Fressen von anderen Fischen auf, denen Algen als Nahrung dienen. Deshalb ist es ein logischer Schritt, direkt an die Quelle, also die Algen zu gehen, wenn man sicherstellen will, genügend Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen. Deshalb ist es nicht nur empfehlenswert, Leinöl aufzunehmen, sondern auch Omega-3-Fettsäuren aus Algenölen. DHA ist wichtig für die Entwicklung des Gehirns und für die Erhaltung der geistigen Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter. 30% des Fettgehaltes im Gehirn bestehen aus DHA. Tests haben bewiesen, dass DHA auch bei Schülern die geistige Leistungsfähigkeit steigern kann, wenn ein stoffwechselbedingter Mangel an DHA im Körper vorliegt. Der Fettverbrauch ist in der Bevölkerung allgemein viel zu hoch, das ist klar. Deshalb ist es ja auch so, dass die Gewichtszunahme eine Volksseuche mittlerweile darstellt. Es gilt eben auch immer noch die Weisheit, viel Fett macht auch Fett. Fett enthält 9 Kilokalorien pro Gramm, Eiweiß- und Kohlenhydrate dagegen nur 4 Kilokalorien pro Gramm. Die Regel gilt, maximal 30% der Gesamtkalorienzufuhr sollten aus Fett bestehen. Wünschenswert ist laut Weltgesundheitsorganisation der WHO eine Fettaufnahme, die 15% der Gesamtenergieaufnahme entspricht. Vorteilhaft an der veganen Ernährung sind die geringen Mengen an gesättigten Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren stammen weit überwiegend aus tierlichen Produkten, fetthaltigen Süßwaren und Frittierfett. Gesättigte tierliche Fette sind die wichtigste Ursache für einen Anstieg des Cholesterins im Blut. Und die Folgen eines hohen Cholesterins Spiegels im Blut sind allen bekannt. Die Empfehlung für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ihre Kalorien und Fettaufnahme zu verringern gilt aber keinesfalls wie gesagt für Säuglinge. Säuglinge brauchen eine gesunde Entwicklung eine besonders hohe Energiedichte in ihrer Nahrung um gut zu gedeihen. Über 50% der Kalorien in der Muttermilch werden von Fetten gestellt. Muttermilch ist die ideale Ernährung für Neugeborene. Säuglinge sollten deshalb gestillt werden. Nach dem Abstillen ist auf jeden Fall eine energiereiche nicht zu stark verdünnte Ernährung sicherzustellen. Auch bei veganer Ernährung. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Vitaminen. Da sei zuerst das Vitamin A und sein Provitamin das Beta Carotin genannt. Vitamin A selbst ist nur in tierlichen Nahrungsmitteln enthalten. Möhren, grünes Blattgemüse und Früchte wie Aprikosen, Mango und Kürbis enthalten große Mengen an Beta Carotin, aus dem das Vitamin A Molekül gebildet wird. Denn Beta Carotin ist die pflanzliche Vorstufe von Vitamin A, welches im Körper aus Beta Carotin gebildet wird. Beta Carotin bzw. Vitamin A ist für ein normales Wachstum die Augen, die Haut und die Schleimhäude wichtig. Aber zu hohe Vitamin A Dosierungen sind giftig. Übermäßiger Vitamin A Konsum in der Schwangerschaft kann die Leibesfrucht sogar schädigen. Dies gilt nach heutigem Wissen nicht für Beta Carotin. Deshalb sollte man auch keine Vitamin A Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, sondern auf seine Beta Carotin zu achten. Vitamin B1 Thiamin vegane Ernährung liefert große Mengen an Thiamin. Thiamin ist enthalten in Vollkornprodukten, Weizenkeimen, Hülsenfrüchten, Erdnüssen und Kartoffeln. Vitamin B1 wird zur Energiefreisetzung benötigt. Ein Mangel kann dann entstehen, wenn sehr große Mengen raffinierter Zucker wie Süßigkeiten verzehrt werden. Die empfohlene Aufnahmemenge pro Tag beträgt 0,8 bis 1,5 Milligramm. Bei veganer Ernährung nimmt man genügend B1 zu sich. Vitamin B2 Riboflavin vegane Ernährung liefert ausreichende ausreichende Mengen ausreichende Vitamin B2 enthalten ist es in Bohnen, Brokkoli, Erbsen, Linsen, Weizenkeimen, Vollkorngetreide, Vollkornbrot, Nüssen, Hülsenfrüchten, Hefeextrakte, Pilzen, Spargel, Bananen, Feigen, Kohl, Sesammus, Kartoffeln, Tofu, Tempeh und Avocados. Vitamin B2 wird zur Energiefreisetzung benötigt, empfohlen 1,1 bis 1,8 Milligramm pro Tag. Also vegane Ernährung liefert genügend B2. Niacin, auch ein Vitamin aus der B-Gruppe, ist einmal Nikotinsäure und einmal Nikotinamid. Vegane Kost liefert reichlich Niacin. Es ist zum Beispiel in Vollkorngetreide, Erdnüssen, Weizengleie, Vollkornbrot, Erbsen und Hefeextrakt enthalten. Empfohlen werden 12 bis 18 Milligramm pro Tag. Niacin wird genügend durch vegane Kost geliefert. Dann das Vitamin B5, die Pantothensäure. Pantothensäure ist in Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten enthalten, wird für die Energiegewinnung im Organismus benötigt. Ein Mangel ist bei ausgewobener veganer Ernährung unwahrscheinlich und wurde auch bisher noch nicht beobachtet. 3 bis 7 Milligramm pro Tag werden empfohlen. B5 hat man genügend bei veganer Ernährung. Dann das Vitamin B6 setzt sich zusammen aus Pyridoxal, Pyridoxin und Pyridoxamin. Der Vitamin B6 Bedarf hängt von der Proteinaufnahme ab. Da vegane Ernährung keine überhöhten und gesundheitlich bedenklichen Eiweißmengen liefert, ist ein Mangel nicht zu erwarten. B6 ist unter anderem in Kartoffel, Weizenkeim, Pilzen, Vollkorngetreide, Erdnüssen, Nüssen und Avocados enthalten. Empfohlen werden 1 bis 2 Milligramm pro Tag. Dann die Folsäure, Folazin. Folsäure ist für den Aminosäure-Stoffwechsel und zusammen mit Vitamin B12 für die Blutbildung im Wochenmark wichtig. Es ist unter anderem im grünen Blattgemüse, Bohnen, Spargel, Rosenkohl, Sojamehl, Weizenkeimen, Nüssen und Hefeextrakten enthalten. Folsäure ist in veganer Kost reichlich enthalten. Schwangeren mit jedweder Ernährungsform wird zum Schutz des ungeborenen Kindes eine zusätzliche Gabe Vorsäure empfohlen. Empfohlen werden 150 bis 400 Mikrogramm pro Tag. Dann das Vitamin H, das Biotin. Biotin findet man in Vollkorngetreide, Sojamehl, Gemüse und Obst. Es wird auch im Darm von Bakterien gebildet und von wo aus wahrscheinlich auch ein Teil resorbiert werden dürfte. Eine abwechslungsreiche vegane Ernährung liefert genügend Biotin, ein Mangel ist unwahrscheinlich, empfohlen werden 30 bis 100 Mikrogramm pro Tag. Jetzt zum so wichtigen Vitamin B12. Dieses Vitamin B12 ist bei veganer Ernährung besonders zu beachten. Vitamin B12 wird auch Cobalamin genannt. Wir haben vier verschiedene Cobalamine. Vitamin B12 wird nur von Bakterien gebildet und findet sich vor allem in tierlichen Produkten wie Fleisch, Innereien, Milch und Eier. Bei einem Mangel kann es zu Blutarmut, zu sogenannten Megaloplastären Anämie und zu neurologischen Störungen kommen. Die Hauptursachen für einen Vitamin B12 Mangel sind Störungen im Magen-Darm-Bereich und durch kaum oder kein Cobalamin resorbiert werden kann. Die Hauptursache ist also nicht eine Ernährungsform, sondern Störungen im Magen-Darm-Bereich. Trotzdem muss bei veganer Ernährung die Möglichkeit beachtet werden, dass zu wenig Vitamin B12 aufgenommen wird. Der Vitamin B12 Vorrat im Körper reicht für ungefähr fünf Jahre, ohne dass es zu Mangelerscheinungen kommt. Manche Menschen können eventuell das in ihrem Darm durch Bakterien gebildete Vitamin B12 resorbieren, worauf man sich allerdings nicht verlassen sollte. Außerdem nicht gereinigtes Gemüse, also mit B12 bildenden Bakterien, stellen eine unsichere Quelle dar, auf die man sich auch nicht verlassen sollte. Bei einer veganen Ernährung ist eine zusätzliche Versorgung durch angereicherte Lebensmittel wie Säfte, Frühstücks, Zeralien, Sojamilch und so weiter und einem Vitamin B12 Nahrungsergänzungspräparat aus medizinischer Sicht notwendig, um eine Vitamin B12 Versorgung auf jeden Fall sicherzustellen. Eine regelmäßige Überprüfung der Vitamin B12 Konzentration im Blut ist ebenfalls zu empfehlen. Jeder sollte ab dem 50. Lebensjahr auf eine zusätzliche Vitamin B12 zu verachten, weil die Fähigkeit zur Vitamin B12 Resorption im Magen-Darm-Kanal abnimmt. Die Empfehlungen für die tägliche Aufnahme von Vitamin B12 schwanken je nach Land- und Expertengremium stark und liegen zwischen 1 und 3 Mikrogramm. Die Empfehlungen für einen normalen Blutwert schwanken auch stark zwischen 100 und 900 Picogramm pro Milliliter. Eine Überprüfung der Vitamin B12 Konzentration im Blut ist anzuraten und bei Werten von unter 200 Picogramm pro Milliliter durch B12 Gaben auf jeden Fall zu therapieren. Bei einer Schwangerschaft muss Vitamin B12 aus Sicherheitsgründen zwingend zusätzlich gegeben werden, weil das Kind sowohl im Mutterleib als auch beim Stillen auf dieses Vitamin für eine gesunde Entwicklung angewiesen ist. Die Vitamin B12 Reserven der Mutter nutzen dem Kind wahrscheinlich nichts, denn eine Versorgung des Kindes über die Muttermilch ist nur durch die tägliche Aufnahme des Vitamins durch die Mutter sicherzustellen. Die gesündeste Ernährung hat nur dann einen wirklichen Schwachpunkt, wenn man nicht auf die Vitamin B12 Zufuhr achtet. Vergleicht man aber diesen kleinen vermeidbaren Schwachpunkt mit den großen gesundheitlichen Gefahren durch den Verzehr von Fleisch, Milch und Fisch, so erkennt man sofort, wie unsinnig es wäre, wegen Vitamin B12 gesundheitsschädliche tierliche Produkte zu essen. Jetzt zum Vitamin C Ascorbinsäure, das ist den Obst und Gemüse in großen Mengen enthalten. Da vegane Kost reichlich Obst und Gemüse enthält, nehmen Veganer sehr große Mengen auf. Dadurch wird auch die Eisenresorption aus dem Darm verbessert bzw. sichergestellt. Ascorbinsäure ist als antioxidatives Vitamin zusammen mit Vitamin E zum Schutz des Körpers vor freien Radikalen notwendig. Durch lange Lagerung, Zubereitung und Erhitzen wird es leicht zerstört. Empfohlen werden 60 bis 75 Milligramm pro Tag. Vitamin D ist ein ebenfalls sehr wichtiges Vitamin. Einmal das Ergocalciferol, das Vitamin D2 ist pflanzlichen Ursprungs, das Kohlecalciferol, das Vitamin D3 ist tierlichen Ursprungs. Vitamin D wird in der Haut durch Sonnenbestrahlung gebildet. Mit Vitamin D angereicherte Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel sind nur für Menschen oberhalb des 52 nördlichen breiten Grades während des Winters, insbesondere wenn sie eine dunkle Hautfarbe besitzen, für stillende Mütter und bei der Entwöhnung ihrer Säuglinge zu empfehlen. Eine UV-Bestrahlung von Gesicht, Händen und Unterarmen von täglich 15 Minuten reicht zur Bildung von genügend Vitamin D aus. Vitamin D ist für den Knochenaufbau und für die Resorption von Calcium aus den Darm notwendig. Ein Mangel in der Kindheit führt zu Rachitis im Erwachsenenalter zu Osteomalazie zur Knochenerweichung. Bei Nahrungsergänzungsmitteln sollte man darauf achten, dass Vitamin D3 Schole Calciferol tierlicher Herkunft ist, während Vitamin D2 Ergocalciferol nicht tierlicher Herkunft ist. Tipp für Veganer, Sterogyl von Desmapharma nutzen, dort ist Vitamin D2 enthalten. Empfohlen werden 10 bis 20 Mikrogramm pro Tag. Studie hat ergeben, der Vitamin D-Status bei Vegetariern und Veganern ist normal beziehungsweise hoch genug. Es bestand die Vermutung, dass bei Veganer oder vegetarischer Ernährung mit einer geringen Aufnahme tierlicher Produkte ein erhöhtes Risiko für einen Vitamin D-Mangel vorliegen könnte. Im Rahmen der Adventist Health Study konnte nachgewiesen werden, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen Vegetariern, Veganern und Mischköstlern gab. Vitamin E, die Tocopherole. Vitamin E ist in vielen Pflanzenölen reichlich zu finden. Als Antioxidant schützt es die Zellmembranen vor schädlichen freien Radikalen. Bei einer veganen, vollwertigen Ernährung ist eine reichhaltige Versorgung mit Vitamin E sichergestellt. Es gibt keine Empfehlungen, davon der Aufnahmemenge mehrfach ungesättigte Fettsäuren abhängig ist. Vitamin K, Phylogenon ist K1 und Menasinone K2. Vitamin K1 ist in pflanzlichen Nahrungsmitteln reichlich verbreitet. Vitamin K2 wird von Bakterien im Darm gebildet. Ein Mangel ist unter normalen Umständen nicht zu befürchten. Die empfohlene Aufnahmemenge beträgt 1 bis 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Dann noch die sekundären Pflanzenstoffe. Eine Vielzahl von Pflanzeninhaltsstoffen haben eine positive Wirkung auf die Gesundheit. Man hat festgestellt, dass der reichliche Verzehr von Obst und Gemüse das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen und Krebserkrankungen deutlich senkt. Wegen der sekundären Pflanzenstoffe ist es unbedingt erforderlich, reichlich pflanzliche Nahrungsmittel zu essen, auch wenn man zusätzlich Vitamine als Nahrungsergänzung zuführt. Man sollte sich auf jeden Fall merken, dass eine Nahrungsergänzung keine gesunde, abwechslungsreiche, auch vegane Ernährung ersetzt, sondern sie ergänzen es im besten Falle sinnvoll. Ein Beispiel für sekundären Pflanzenstoff ist zum Beispiel Lykopin, kommt hauptsächlich in Tomaten und daraus hergestellten Folgeprodukten vor. Studien konnten zum Beispiel die schützende Wirkung gegenüber Prostatakrebs nachweisen. Jetzt zu den Mineralstoffen und Spurenelementen. Kalzium, ein wichtiger Mineralstoff, ist für einen stabilen Knochenbau und diverse Stoffwechselprozesse entscheidend wichtig. Kalziummangel verursacht im Kindesalter Rachitis und im Erwachsenenalter Osteoporose, also Knochenschwund und Osteomalazie, die Knochenerweichung. Ursachen sind Vitamin-D-Mangel plus eine negative Kalziumbilanz. Die Kalziumbilanz unseres Körpers ist abhängig von der Zufuhr und der Ausscheidung dieses Minerals. Gewöhnlich wird immer die Empfehlung ausgesprochen, viel gesundes Kalzium aufzunehmen, ohne gleichzeitig zu empfehlen, wie man möglichst wenig Kalzium über die Nieren ausscheidet. Tatsache ist, dass eine hohe Proteinaufnahme aus tierlichen Nahrungsmitteln eine vermehrte Ausscheidung von Kalzium zufolge hat. Tierliche Eiweiße aus Eier, Fleisch, Fisch, Geflügel und Milch, die reich an Schwefelhaltigen Aminosäuren sind, können einen Abbau von Kalzium aus den Knochen verursachen. Eine Studie konnte nachweisen, dass pflanzliches Protein aus Sojamilch und Tofu keinen Kalziumverlust verursacht. Sogar bei niedriger Kalziumzufuhr und hoher pflanzlicher Eiweißaufnahme blieb die Kalziumbilanz ausgeglichen. In industrialisierten Ländern mit einem hohen Konsum an Fleisch und tierlichem Protein werden die Empfehlungen zur Kalziumaufnahme nach oben geschraubt. Die durch tierliches Protein verursachten Verluste sollen dadurch ausgeglichen werden, was natürlich unsinnig ist. Die Folge ist, in westlichen Industrienationen mit hoher Kalziumzufuhr und hohem Milchkonsum ist die Osteoporose am weitesten verbreitet. In Gesellschaften mit geringer Aufnahme von tierlichem Eiweiß kommt die Osteoporose selten vor, obwohl die Kalziumzufuhr deutlich geringer ist. Aufgrund der pflanzlichen Proteinaufnahme geht bei veganer Ernährung wenig Kalzium verloren. Grüne Kohlsorten wie Prokoli, Chinakohl, Kohl, Kohlrabi verfügen über Kalzium mit einer hohen Bio-Verfügbarkeit von 49 bis 61 Prozent. Kuhmilch verfügt dagegen nur über Kalzium mit einer deutlich geringeren Bio-Verfügbarkeit von 21 bis 24 Prozent. Bei Kindern soll da für eine kalziumreiche Ernährung geachtet werden. Mit kalzium angereichertes Tofu und Sojamilch, Bohnen, grünes Blattgemüse wie Grünkohl und andere Kohlsorten, Dörrobst, Aufstriche aus Nüssen, Samen, Mandeln, Sesamsamen und so weiter. Empfohlen werden 700 bis 1500 Milligramm pro Tag. Magnesium ist ein wichtiger Mineralstoff, der eine Vielzahl von Stoffwechselaktivitäten im Körper benötigt wird. Eine abwechslungsreiche vegane Ernährung stellt eine hervorragende Quelle für reichlich Magnesium dar. Empfohlen werden 270 bis 350 Milligramm pro Tag. Phosphor nach Calcium ist Phosphor der zweithäufigste Mineralstoff im Körper. Phosphor ist in pflanzlicher Kost reichlich enthalten. Der Phosphormangel ist unbekannt. Empfohlen werden 800 bis 1200 Milligramm pro Tag. Natrium und Chlorid, also Kochsalz, tendenziell wurden die Empfehlungen für die Aufnahme von Kochsalz eher gesenkt, weil dadurch eine zu hohe Aufnahme gesundheitliche Nachteile befürchtet werden. Die empfohlene Aufnahmemenge pro Tag 4 Gramm. Allgemein sorgt vegane Kost zwar für eine geringere Kost Salz Aufnahme als omnivore Nahrung, aber sie ist trotzdem oft noch zu hoch. Kalium Empfehlungen der letzten Jahre haben die Tendenz sich für höhere Kalium Zufuhren auszusprechen. Empfohlene Menge pro Tag 3-4 Gramm Eine hohe Kalium Zufuhr scheint gesundheitliche Vorteile zu bieten. Eine gut zusammengestellte vegane Ernährung mit Kartoffeln, Gemüse, Obst und Fruchtsäften stellt eine hohe Kalium Versorgung sicher. Eisen, Fleisch oder andere tierliche Produkte sind definitiv nicht notwendig, um eine gute Eisen Versorgung sicherzustellen. Pflanzige Produkte insbesondere Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte enthalten besonders reichliche Mengen an Eisen. Aus pflanzlicher Nahrung kann zwar weniger Eisen aus dem Darm resorbiert werden, aber mit einer gut zusammengestellten Ernährung wird die Eisenresorption gesteigert. Tipp für die Praxis deshalb, durch Vitamin C und andere organische Säuren, die reichlich in Obst und Gemüse enthalten sind, wird die Resorption gefördert. Eine Studie ergab, dass die Höhe der menstruellen Blutverluste den stärksten Einfluss auf den Eisenstatus hat, während kein Zusammenhang zwischen Eisenzufuhr und Eisenstatus festgestellt werden konnte. Veganer und Vegetarier sind nicht häufiger von einem Eisenmangel betroffen wie die übrige Bevölkerung. Es ist sogar bekannt, dass ein zu viel an Eisen schädlich sein kann und dadurch verschiedene Erkrankungen begünstigt oder verursacht werden. Empfohlene Aufnahmemengen pro Tag 10 bis 20 Milligramm für Schwangere werden 30 Milligramm empfohlen. Fleischesser haben oft zu viel Eisen im Blut, so entstehen freie Radikale im Organismus, die aggressiv Körperzellen und Gewebe zerstören, ja sogar Krebs auslösen können. Bakterielle Infektionen werden ebenfalls durch überhöhe Eisenkonzentration begünstigt, weil Bakterien zu ihrer Vermehrung diese Spurenelement benötigen. Die vegane Ernährung ist also auch hinsichtlich Eisen ideal. Eine Eisenüberladung ist bei gesunden Veganern nicht möglich, zudem enthält Pflanzenkost viele Antioxidantien, die freie Radikale schnell unschädlich machen können. Trinken Sie zu jeder Mahlzeit ein Glas Vitamin C haltigen Fruchtsaft und vermeiden Sie die Eisenresorption hemmende Stoffe wie Gerbstoffe im schwarzen Tee. Falls Sie Sorge um Ihre Eisenvorräte haben sollten, zum Beispiel bei starker Monatsblutungen, so lassen Sie den Ferritin Spiegel im Blut bestimmen, das ist der Eisen Proteinkomplex. Zink Eine ausgewogene vegane Ernährung enthält genügend Zink. Gute Quellen für Zink sind unter anderem Vollkornprodukte, Erbsen, Hülsenfrüchte, Tofu und Nüsse. Ein Zinkmangel ist bei einer abwechslungsreichen, gut geplanten vegane Ernährung nicht zu erwarten. Empfohlen werden 10 bis 16 Milligramm pro Tag. Selen ist ein wichtiges Spurenelement, da es zusammen mit Vitamin E antioxidativ und gegen freie Radikale wirkt. Die Selen Aufnahme hängt vorwiegend davon ab, auf welchem Boden die Nahrungspflanzen gewachsen sind. Nord- und Mitteleuropa gelten als Selen Mangelgebiete, sodass sich eine zusätzliche Gabe in Form einer Nahrungsergänzung empfiehlt. Empfohlen werden 50 bis 100 Mikrogramm pro Tag. Laut einer schwedischen Studie scheiden Veganer sehr wenig Selen aus, sodass eine geringere Zufuhr nötig erscheint. Die bisher gemessenen Selen Konzentrationen im Blut von Veganern lagen immer im Normbereich. Jod ist ein wichtiger Bestandteil der Schilddrüsen Hormone. Ein Mangel führt zu Kropf. Es empfiehlt sich unabhängig von der Form der Ernährung die Verwendung von jodiertem Speisesalz als Kropf Prophylaxe. Die empfohlene Aufnahmemenge pro Tag beträgt 140 bis 260 Mikrogramm. Weitere vegane Jodquellen sind Meeresalgen, Meersalz und spezielle Hefeextrakte. Kupfer eine abwechslungsreiche gut zusammengestellte vegane Ernährung mit Brot, Getreide, Weizenkeimen, Nüssen und Samen sichert eine ausreichende Zufuhr. Mangelerscheinungen wurden bei Veganern bisher nicht beobachtet. Mangelerscheinungen traden bei ausschließlich mit Kuhmilch mangelernährten Säuglingen auf. Empfohlen werden pro Tag 1,5 bis 3 Milligramm Kupfer. Chrom ist wichtig für den Glucose- und Nukleinsäure Stoffwechsel. Bohnen, Vollkornprodukte, Nüsse und Bierhefe sind gute Lieferanten. Chrommangel ist bei Veganern nicht zu erwarten. Empfohlen werden 50 bis 200 Mikrogramm pro Tag. Mangan findet man in Tee, Vollkornprodukten, Nüssen und Gewürzen. Die vegane Ernährung stellt eine ausreichende Versorgung sicher. Empfohlene Aufnahmemenge pro Tag 1,4 bis 5 Milligramm Mangan. Kobalt wird dem Körper in Form von Vitamin B12 zugeführt. Molybden, dieses Spurenelement, ist Bestandteil wichtiger Enzyme. In veganer Ernährung mit Hülsenfrüchten, Getreide und Kartoffeln ist es in ausreichenden Mengen vorhanden. Empfohlene Menge pro Tag 75 bis 250 Mikrogramm. Weitere Fakten zur Beurteilung der veganen Ernährung. Es sei noch einmal betont, dass etwa eine Milliarde Menschen weltweit an Hunger leiden und viele verhungern. Täglich sterben ca. 43.000 Kinder an Hunger. Die weltweit zur Verfügung stehende pflanzliche Nahrung wird hauptsächlich für die Erzeugung von Fleisch, Milch und Eiern verwendet und steht den Hungernden nicht zur Verfügung. Die Verschwendung pflanzlicher Nahrungsmittel ist erheblich. Um zum Beispiel ein Kilogramm Fleisch zu erzeugen, braucht man etwa 4-16 Kilogramm Pflanzennahrung und 4-20 Tonnen Wasser. Alle Schlachttiere auf der ganzen Welt verbrauchen eine Kalorienmenge, die dem Kalorienbedarf von 8,7 Milliarden Menschen entspricht, also mehr als der jetzt existierenden Weltbevölkerung von 6,7 Milliarden. Aber eine Milliarde Menschen hungern und viele sterben. Ein einziges Steg enthält so viel Pflanzenenergie um etwa 40 hungernde Menschen einen Tag lang zu ernähren. Die Nutztierhaltung ist bekanntlich noch vor dem Autoverkehr der weltweit größte Verursacher von Treibhausgasen und damit der Hauptverursacher der globalen Klimakatastrophe. Laut einer aktuellen Untersuchung des renommierten World Watch Institute ist die Nutztierhaltung mit der Produktion von Fleisch, Milch und Eiern für mindestens 51% der klimaschädlichen Treibhausgase verantwortlich. Der Regenwald wird gerodet, um Weideplätze für Rinder zu schaffen und um Futterpflanzen für diese Rinder anzubauen. Für Fleisch, Milch, Eier und so weiter werden Tiere gequält und qualvoll getötet. Hungernde Menschen inklusive Kinder werden über die vorenthaltene Nahrung gequält und getötet. Die Menschen in den Industrienationen nehmen als Verursacher dafür noch die wissenschaftlich nachgewiesenen gesundheitlichen Folgen wie Krebs, Herz-Kreislauf- Diabetes und so weiter durch tierliche Nahrungsmittel in Kauf. Die Umwelt, Regenwald wird zerstört und eine Klimakatastrophe durch Treibhausgase heraufbeschworen. Ein irres System. Die Lebensmittelindustrie lügt hemmungslos, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, die Milch macht's, der Verbraucher schädigt seine Gesundheit, Kinder und Erwachsene in den Entwicklungsländern werden zum Hungertod verurteilt, leidensfähige Tiere werden zu lebenslanger Qual, Folter und Tod verurteilt, Umwelt und Klima, also die eigenen Lebensgrundlagen und die der nachfolgenden Generationen werden zerstört, die Gesundheitskosten wegen Fehlernährung steigen immens und die Politik fördert diese Verbrechen gegen die Umwelt, die Hungernden, die Tiere und gegen die Volksgesundheit noch mit Subventionen an die Nutztierindustrie. Ich habe es genannt, der als Normalität getarnte Wahnsinn durch den Konsum von Fleisch, Milch, Käse und Eiern. Durch diesen Konsum werden Krankheiten bei den Menschen ausgelöst wie Krebs, Herzinfarkt, Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht mit all den Folgeerkrankungen. Dadurch leidende und kranke Menschen. Die Tiere leiden ebenfalls durch die qualvolle Tierhaltung. dadurch leidende und kranke Tiere. Durch Tierprodukte entstehen leidende und kranke Menschen. Dadurch werden wieder unsinnige Tierversuche gemacht, um Heilungsmaßnahmen, um Medikamente zu finden, um gegen diese Leiden eine Therapie zu finden. Dadurch wieder leidende Tiere in den Tierversuchsanstalten. Durch die industrielle Schlachtung, teilweise ohne Betäubung entstehen wieder leidende Tiere. 50% der Weltgetreideernte und ca. 90% der Weltsojaernte werden zum Mästen der Tiere verwendet. Obwohl eine Milliarde Menschen hungern und jeden Tag etwa 43.000 Kinder an Hunger sterben. An Hunger sterbende Kinder und Erwachsene. Die Nutztierhaltung ist größter Verursacher von klimaschädlichen Gasen. Dadurch wird eine Klimakatastrophe heraufbeschworen, die Umwelt zerstört, Artensterben gefördert. Die Produktion von einem Kilogramm Fleisch verbraucht 10 bis 20 Tonnen Wasser, verursacht Unmengen von Gülle, wodurch die Umwelt massiv gestört und zerstört wird. Schon einer dieser sieben Gründe müsste ausreichen, um mit diesem Unsinn aufzuhören, mit diesem Wahnsinn aufzuhören. Aber bei sieben dieser Gründe müsste es eigentlich normal sein, damit aufzuhören. Fazit, Sie entscheiden jeden Tag an der Ladentheke über das Elend der gequälten Nutztiere, den Zustand der Umwelt, die Fortentwicklung der Klimakatastrophe, den Hungertod von Erwachsenen und Kindern und über ihre eigene Gesundheit und die ihrer Familie. Joaquin Phoenix sagt am Ende des Dokumentarfilms Earthlings, das systematische Quälen und Töten von empfindungsfähigen Wesen zeigt den tiefsten Punkt an Entwürdigung, Würdelosigkeit, den die Menschheit erreichen kann. Ich sage, das Bezahlen für das systematische Quälen und Töten von empfindungsfähigen Wesen zeigt den tiefsten Punkt an Entwürdigung, an Würdelosigkeit, den ein Konsument erreichen kann. Werden sie vegan, es ist ganz einfach, sie ändern nur eine Gewohnheit. Es ist die wirksamste Methode, um etwas für Mitmenschen zu tun, für das Klima zu tun, für die Umwelt zu tun, für die Tiere zu tun und etwas für die eigene Gesundheit zu tun.